Hallo, herzlich willkommen im Historischen Rathaus in Templin. Mein Name ist Kastan Lars-Schirmer und ich zeige euch heute mein Ausbildungsbuch. Hallo und herzlich willkommen hier im Kreativbüro im Historischen Rathaus in Templin. Mein Name ist Leon Losch, ich bin Auszubildender im dritten Layup bei der Tourismus-Marketing Templin. Zu meinem Aufgabenbereich zählt die touristische Beratung der Gäste in Templin und Umgebung. Ja, das war noch lange nicht alles und zwar verkaufen wir auch den Templin-Gutschein, Rad- und Wanderkarten, Angelkarten und sind auch Vorverkaufsstelle für Veranstaltungsgarten. Ja, seit ca. zwei Jahren haben wir unsere Kurvegie-Ecke mit regionalen Produkten. Das Sortiment umfasst verschiedene Produkte wie Käse, Wurst, Sekt und Schokolade, mit denen man sich sehr gut Präsentkorbel zusammenstellen kann. Am beliebtesten ist der Templin-Gutschein, der kann in ungefähr 40 Geschäften eingelöst werden. Und kleiner Tipp, wir bekommen den Templin-Gutschein jeden Monat im Wert von 40 Euro. Wir befinden uns hier in unserem Festsaal. Unser Festsaal ist einer unserer Veranstaltungsorte. Hier finden Veranstaltungen wie z.B. auch Zeiten oder auch Tagen statt. Deine Aufgabe wird es sein, solche Veranstaltungen zu planen, durchzuführen und nachzubereiten. Für welche weiteren Veranstaltungen du zuständig sein wirst, siehst du hier in ein paar Ausschnitten. Ja, Templin! Wir wollen das alle hören! Haben wir dein Interesse geweckt? Möchtest du Teil unseres Teams werden? Möchtest du deine Zukunft gestalten? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!